Ich glaube die Ausdauer ist mir in die Wiege gelegt worden, von daher war das, glaube ich, als Grundeigenschaft da. Ja, dieser Fight Mann gegen Mann, das motiviert mich sehr und natürlich auch die Konkurrenzsituation. Also ich glaube, ich könnte mich ohne diesen Druck, ohne diese Konkurrenz einfach auch gar nicht so krass zu diesen Leistungen pushen. Is it strength? Is it speed? Also wenn ich die Wahl hätte zwischen Bergstrecke und Küstenstraße, würde ich tatsächlich die Berge bevorzugen, sowohl mit dem Auto als auch mit dem Rennrad. Der Iron Man ist sehr souverän vor der Kamera. Man merkt, dass er sich konzentriert, dass er sehr abschalten kann, dass er sehr fokussiert sein kann, wenn er muss. Und das kann er auch auf Klopfdruck abrufen. Also für mich ist Audi Sport Sportlichkeit in Reinkultur, wenn du so willst. Der Audi TTS und Patrick Lange haben einiges gemeinsam. Sie sind beide Spitzensportler, sie haben die Kraft, die man braucht, sie haben die Ausdauer, die es braucht. Vor allem haben sie aber die Technik, um das Ganze auf die Straße zu bringen. Das ist tatsächlich ein Novum für mich, die Größe dieses Drehs hier. Ich schmmelte mich. Und das wird eine Klasse wird sicher. Ich schmelte mich bei einem Laufendenz, ich sehe mich am liebens. Ich schmezi mich bei einem Laufendenz. Untertitelung des ZDF, 2020